Diana Duleva, die beste bulgarische Turnerin am Stufenbarren. Staltergrätschen, Kammgriff, Riesenfelgen, das ist ja für die Frauen am Stufenbarren ausgesprochen schwierig. Und Doppelsalto gestreckt, das muss man sich einmal vorstellen. Ein Element, das selbst bei den Männern am Dreck nicht so leicht vorzuführen ist, das hat sie hier uns am Stufenbarren gezeigt. Und wir sehen hier noch einmal, wie sie die Riesenfelgen regelrecht treibt, um dann aus dieser Phase heraus den Doppelsalto zu ziehen. Eine hervorragende Leistung von Diana Duleva und damit durfte sie einen vorderen Rang halten können. Sie lag ja bislang an sechster Stelle und wenn jetzt die Wertung erscheint, wird sie sicherlich wieder in den vorderen Reihen auftauchen. Der untere Holm des Stufenbarrens ist 1,50 Meter hoch, der obere 2,30 Meter, also von dieser Höhe, von Zimmerdeckenhöhe sozusagen, muss sie diesen Doppelsalto gesprungen haben. 9,875 für Diana Duleva, das bringt sie mittlerweile auf Rang 6 und dort wird sie sich kaum nach unten bewegen können, die die meisten der vorderen Turnerinnen haben ja bereits ihr drittes Gerät absolviert. Einen Platz könnte sie aber...